Was ist der Anlass? Schlau, hätte ich mir mit meiner Schwester gewünscht. Bei mir sind's die Eltern. Als ich sie zuletzt sah, wurde ich zum Imperium geschickt. Jetzt bin ich Deserteur. Und damit kann ich nie wieder nach Hause. Und du, Kay? Ich, äh... Ich glaube, wir standen niemandem sehr nahe. Nur nahe, Kukit. Hatsima, Yokola! Doch, für Bram, zinkachigraba, jakranchastuf! Bitte sag mir, dass das frisch ist. Das scheint ihm egal zu sein. Also, äh... Was macht dein Bein? Alles gut, Kay. Und die sechste Sippe hält dich für tot. Ich hab sie besänftigt, indem ich ein paar Rennen für sie manipuliert hab. Ich dachte, du hättest damit aufgehört. Ich hab noch ein paar Kontakte. Ja, glaubst du, Bram verdient mit dem Laden Geld? Mit ner neuen Speisekarte vielleicht. Ich war damit beschäftigt, jemandes Schulden zu bezahlen. Ach ja. Außerdem bin ich mir sicher, dass du ziemlich bald wieder abhorst, Rico. Hey. Ich hab mich auf meine Art um Kay gekümmert. Ja? Was macht dein Bein? Lass das, Bram. Ah, was war das denn? Das war lange überfällig. Hör mal, Bram. Ich bin dir... Wir sind dir was schuldig. Für alles und so. Du bist mir nur die Miete schuldig. Und dass du lebend aus der Sache rauskommst. Ob mit oder ohne Geld. Na? Hast du mir schon verziehen? Auf der falschen Seite der Galaxis geboren. Wer reich ist, hat leicht reden. Stimmt trotzdem. Wie lief es mit Rico? Auf sie war Verlass. Und Andy 5? Was ist mit ihm? Er war dein Aufpasser. Aber jetzt ist er sehr von Kay Vess überzeugt. Wir sind ein gutes Team. Er hat mich überrascht. Und nicht nur er. Nach diesem Auftrag bist du das Todesmahl los. Und dann wirst du wieder eine Zukunft haben. Wenn du einen Vorschlag hast, spuck ihn aus. Das Imperium jagt die Rebellen quer durch die Galaxis. Die Syndikate sind durch ihre Machtkämpfe geschwächt. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Wir könnten Partner sein und uns was aufbauen. Zusammen. Was? Soll das ein Witz sein? Mit sowas mache ich keine Witze. Gut. Denn du bist überhaupt nicht lustig. Was auch immer passiert. Ich glaube an dich Kay. Das hab ich immer. Dankfach. Also genug Ansprachen für heute. Wir verpassen unser Zeitfenster. Und? Hättest du gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen? Die Chance, dass ich wegen dir sterbe, lag bei 30 Prozent. Ist doch nicht schlecht. Und die Chance, dass ich dich erschießen muss, bei 93. Uff. Okay. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ja. Nun. Es ist noch nicht vorbei. Bist du bereit? Oder willst du nochmal mit allen reden, bevor es los geht? Gut. Ich bin bereit. Was machst du mit deinem Anteil? Heißt es Ölbart? Ich bekomme nichts. Was? Das ist unfair. Ich bin ein Droide mit einem Hembolzen und Eigentum von Jalen Wrax. Das muss doch nicht ewig so bleiben. Wir nehmen Gedeks Freiheits-Hack. Nein, Kay. Wenn wir das schaffen, bin ich reich und du frei. Alle gewinnen. Stopp. Ich stehe loyal zu Jalen. Zu Jalen allein. Wenn du vom Plan abweist, wäre ich gezwungen, dich zu eliminieren. Nein. Nein. Das meinst du nicht ernst. Es spielt keine Rolle, Kay. Legen wir los. Wir verschwenden Zeit. Wir verschwenden Zeit. Hast du mir was zu sagen? Jetzt finden wir raus, wie gut Jalens Pläne sind. Das ist nie exakt wie im Holo, oder? Gut. Sobald ich das Sicherheitssystem ausgeschaltet habe, überbrücken wir die Zugangsluke und gehen rein. Hm. Das ist das Anwesen. Erster Halt ist das Sicherheitsgebäude. Von da schalten wir die äußeren Verteidigungsanlagen ab. Bleibt in Deckung. Ich kümmere mich um einen Weg zum Sicherheitsgebäude. Ich begleite dich, Kay. Nein, wirst du nicht. Das muss mir leise gehen. Wie lange muss ich mich damit noch rumschlagen? Ich muss mich damit noch rumschlagen. Du bist im Abknall gehen. Wo? Ich muss mich damit nämlich überwenden. Warum? Irgendwo sehnt sich immer jemand nach einer Prügelei. Siehst du was? Irgendetwas stimmt hier nicht. Heutzutage kann man niemandem trauen. Das ist immer noch kein gutes Kumpel. Holst du dir, Kumpel. Gidek, das Sicherheitsgebäude gehört dir. Ich hab genau den richtigen Druiden dafür. Ich bin so stolz auf den Kleinen. Kommt schon. Wir müssen dich zuschlagen, bevor sie merken, was los ist. Hier ist sie. Wir will nicht auf dem Klima. Nicht nachlassen. Und damit schafft sie. Komm, Sarah. Verstanden, Truppführerin. Muss das sein? Okay. Macht euch bereit. Ich leg jetzt los. Ungemacht. Der Funk ist ruhig. Okay. Das kann gern so bleiben. Ich versiegle die Luke hinter dir. Wir sehen uns im Casino. Äh, denk dran. Ohne dich kommen wir hier nicht raus. Viel Glück, hey. Kannst du das für mich offen... Hm, okay, Nix. Weißt du, wie wir die Ventilatoren ausschalten? So sollte es gehen. Das ist ein ziemliches Labyrinth, also bleib bei mir. Den schalte ich auch aus. Ah, ich weiß nicht, Kay. Diese Rohre wirken ziemlich verrostet. Ah! Hey! Hey! Alles gut, alles gut. Wir sind noch da. Weißt du, wo du bist? In der Nähe des Hangars. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Also, immer weiter. Schön auf Plan. Da vorne ist der Hangar. Hey, wie geht's dir? Alles gut? Bin gerade etwas beschäftigt. Ihr habt ja gehört. Weiter. Weiter. ix-Best. Da vorne ist der Hand. Okay, ich bin. Wie geht's dir? Natürlich geht's. Da vorne ist es. Da vorne ist hey, hier. Die sind irgendwo chez die Mannschaft. Ich bin. Die sind, die sind. Und da, wo geht's dir? Wir sind fast raus aus den Schächten. Ich glaube, ich sehe den Ausgang. Ich habe den Ausgang gefunden. Wir verlassen die Schächte. Also, wenn da draußen was ist, bin ich bereit. Hier reicht doch jemand rum. Drück das Knöpfchen, Nix. Nein, da war auf jeden Fall etwas. Nicht passen wollen. Stellnächst. Okay, wir kommen aus den Schächten raus. Ich habe mir einen der Droiden vorgeknopft und seinen Wartungszyklus gestartet. Der hat uns alle Sicherheitsschlösser geöffnet. Ich gebe zu, das war gar nicht so dumm. Na schon, bin auf dem Weg. Schießen oder erschossen werden, sage ich. Irgendwas kommt mir komisch vor. Okay, die alten Lifte brauchen nur einen kleinen Schubs. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Aber jetzt müssen wir zum Tresorraum. Je länger wir brauchen, desto schwerer wird die Sache. Dein kleiner Unfall hat uns wertvolle Zeit gekostet. Wir haben noch genug Zeit. Oder willst du sie mit Streiten verschwenden? Hm. Ich mag diese Kay. Ach, na los. Wir haben noch einiges zu hacken. Okay, Rico, bereit? Immer. Und du? Wir müssen die Packs gleichzeitig abschließen. Sobald die Reaktionen sind, nehmen uns die Geschütze ins Visier. Sobald die Reaktionen sind, nehmen uns die Geschütze ins, nehmen uns die Geschütze ins, nehmen uns die Geschütze ins. Okay, Barrieren und Geschütze deaktiviert. Gut gemacht. Hab noch nie einen Dual-Hack mit jemandem gemacht. War nämlich nie jemand gut genug für mich, bis heute. Wow. Nicht schlecht. Torwächter-Druide voraus. Ich bin bereit. Ich will nur reden. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt für Slyro. Ich weiß, das hier ist alles Fassade für das Imperium. Komm schon. Wir arbeiten beide für das ISB. Mach's nicht unnötig kompliziert. Lass mich rein. Warum musst du es mit so einer Frage ruinieren? Und mir, Lava-Giro. Ach, schon viel besser. Torwächter-Druide sind hochentwickelt. Aber nicht hochentwickelt genug. Ach, na dann öffnen wir diesmal hoffentlich den richtigen Tresor. Oh, na los. In den Tresor. Ich bring die Ladungen an. Rico, du bist dran. Mit Slyros Codes kannst du die Tür knacken. Und das ist eine Lektion für dich, Kay. Nie den gleichen Code zweimal nutzen. Und das ist eine Lektion für die Tür. Und das ist eine Lektion für die Tür. Ich muss dir danken. Man kann nicht oft sein eigenes Todesmal beanspruchen. Hol's dir doch! Bail. Knaß sie ab. Worauf wartest du denn noch? Nein. Hab's mir überlegt. Ist das ein Scherz? Zum Todlachen, hm? 20 Prozent. Zehn. Ich nehm dir alles, was du hast. Dann mach doch. Fünfzehn. Na schön. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Anc, kann losgehen. How could you know it, dude? Eure Leben sind verwirkt. Eure Familien, Freunde, tot. Kein einziger Ort in der Galaxis ist sicher vor dem ISB. Ich brauch bestimmt keinen toten ISB-Direktor. Aber wenn es sein muss... ...kommst du? Ich halt sie auf. Ganz direkt Bash macht jetzt Jagd auf euch. Sei bereit, Kay. Da vorn ist das Casino. Alles klar. Anc, Gedik, Zeit sich aufzuteilen. Was? Darüber haben wir nicht geredet. Rico hat mein Gesicht in den Sicherheitsloks gefunden. Wenn ich da reingehe, gibt's ein Sirenenkonzert. Und ohne Uwe, wenn der Wadja bei der dem Nollia, Uwe. Die Utovdita. Schon gut, aber wir sehen euch beide auf der Bahnbrecher. Kay, wie geht's voran? Ihr liegt siebeneinhalb Minuten zurück? Vielleicht, weil wir gerade Slyro begegnet sind? Er war da? Der Kerl ist paranoider, als wir dachten. Aber wir haben die Ware. Asara, bist du da? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Der Peilsender ist platziert. Ihr solltet ein schönes, sauberes Signal bekommen. Okay, das war ganz schön laut. Kay, das musst du dir ansehen. Ah, Sirek Bash räumt das Casino. Clever. So viel zum Thema aus der Vordertür raus spazieren. Tja, war ein guter Plan. Die wollen einen Kampf? Dann geben wir ihn ein. Schön, dass wenigstens einer von uns Spaß hat. Ach, komm schon. Das Glück hat uns wohl verlassen. Dann schmieden wir unser eigenes. Asara, halt sie auf. Rico, hecke die Generatorabdeckung. Lass uns, wir rennen! Lass uns, wir rennen! Diese Aktion wird alles verändert. Äh, wo ist die Beute? Das ist besser. Zleros Datenbank. Imperiale Zugangscodes, laufende Operationen, Basisbaupläne. Und Zleros private Sammlung von Erpressungsmaterial über fast jeden hochhangigen Offizier des Imperiums. Daten, von denen seine Freunde beim ISB keine Ahnung haben. Hey, du hast gesagt, die Rebellion bekommt Zugriff und niemand wird verletzt. Gibt's hier irgendjemand, der mir nicht in den Rücken fällt? Zlero hat Millionen des ISB in Serek Bash investiert. Er wollte Unterweltnetzwerke nutzen, um Rebellen zu jagen. Es ging schief, aber irgendwie erschuf er dabei eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Galaxis. Du willst Serek Bash? Ich habe den Kodex, ich habe Asahas Rebellennetzwerk und im Gegensatz zu Zlero gebe ich dem Imperium alles, was es will und mache Millionen. Was hast du immer mit Zlero? Ich wende nur das Blatt, Kay. Du kannst gehen, sobald Serek Bash ihm gehört. Kein Todesmal mehr, wie geplant. Und das Haare? Okay. Neuer Plan. ND5. Hey, lass das! Du hast das Ziel aus den Augen verloren, Kleine. Das bin nicht ich, Kay. Okay. Okay. Vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Hey, Bram. Hey, Kleine. Ich, äh, äh, halt sonst keine Reden, aber ich versuch's. Wir wissen beide, dass du nicht für so eine Art Leben gemacht bist. Aber ich, ich hab kein anderes. Wenn du bei mir bleibst, überlebst du nicht. Du bist ein gutes Mädchen. Aber vergiss nicht, dass in dieser Galaxis nicht immer jemand für dich da sein wird. Du kannst das Zimmer behalten, bis du weißt, wie's weitergeht. Schon gut. Nur für ein paar Tage. Wie du willst. Bis ich weiter weiß. Come, Sean. Come, Sean! Wo sind wir? Hier geht's gut. Ob der da reinpasst? Wie habt ihr mich gefunden? Rico. Wir haben ihr Shuttle geklaut und kamen so schnell wie konnten. Und jetzt haben wir dich und hauen wieder ab. Danke, euch beiden, aber ich geh nirgendwo hin. Ich geh nirgendwo hin. Ich geh nirgendwo hin. Ich geh nirgendwo hin. N.D. steht immer noch unter Jalens Kontrolle. Er war schon Jalens Vollstrecker lange, bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und ohne ihn wärst du jetzt in einem imperialen Labor. Und du im Knast auf Kijini. Ja, es lief schlecht. Aber N.D. ist der Einzige, der nicht einfach so gehen kann. Nimm das. Und lass dich nicht sehen. Anc, versteckst du ein paar Präsente? Tuamabula, du Todi. Wenn du ihn findest. Rahm das in seinen Hemmbolzen. Und N.D. 5 ist frei. Erstmal suchen du und ich die Brücke. Und die Plastoidköpfe, die uns umzingelt haben?